Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Wörner und in diesem Video möchte ich dir verraten, was du in der letzten Sekunde deines Lebens, bevor du stirbst, erlebst. Viele Menschen kommen immer wieder auf mich zu und fragen mich, Daniel, was passiert denn, wenn man stirbt und wohin komme ich denn danach? Als allererstes musst du wissen, dass der Sterbeprozess nichts Schlimmes an sich oder Böses ist. Sterben ist etwas ganz Natürliches, ein Transformationsprozess. Die Gesellschaft und die Industrie haben daraus heute etwas Böses und etwas Schlimmes gemacht. Etwas, wovor man Angst haben muss, damit sie uns fremdsteuern und kontrollieren können. Der Tod ist ein Übergang deines Bewusstseins in eine andere Dimensionsstufe, in ein anderes Schwingungsfeld. Und ich kann dich jetzt schon mal beruhigen, der Tod wird das angenehmste und fantastischste Gefühl, das du jemals erlebt hast. Du kommst in den absoluten Frieden. Jeder Schmerz des Egos fällt komplett von dir ab. In den höheren Schwingungs- und Realitätsebenen sind wir nicht gebunden an den fleischlichen Körper mit seinen Schmerzen oder an den Verstand mit seinen Verhaltensweisen. Viele weise Meister und Lehrer raten einem deswegen schon, das Sterben zu trainieren. Was gibt es Besseres, darauf vorbereitet zu sein, in die nächste Dimensionsstufe überzugehen? Dieser Bewusstseinswandel passiert so oder so. Deswegen ist es das Beste, jetzt das Ganze schon zu trainieren. Meditation ist das optimale Werkzeug dafür, um sich in diesen Bewusstseinszustand hineinzuversetzen. Der Verstand wird sich natürlich am Anfang dagegen wehren. Aber mit der Zeit wirst du spüren und vor allem erkennen, dass die Angst unbegründet ist. Wenn wir die hindernden Blockaden der Existenzangst Stück für Stück aufgelöst haben, wirst du eine immer größere Freiheit, Frieden und Liebe spüren. Du wirst die Identifikation mit der Materie, mit deinem Körper, mit deiner Rolle, deiner Persönlichkeit immer mehr loslassen und erkennen, wer du wirklich bist. In den letzten Sekunden deines physischen Lebens wird dir das immer mehr klar. Das Ego, der Verstand, verliert immer mehr seine Macht und seine Kontrollzwänge und der Vorhang fällt von ganz alleine. Du wirst sozusagen, kurz bevor du physisch ablebst, zwangsmäßig erleuchtet. Du bist auch jetzt schon erleuchtet. Nur dein Verstand hält die Filter und die Blockaden aufrecht, damit wir hier in dieser dreidimensionalen Welt unsere Identifikation halten können. Mit jeder Sekunde, die du hier in der physischen Welt Richtung Ende näher rückst, erinnerst du dich immer mehr daran, wer du eigentlich wirklich bist und der Vorhang fängt komplett an zu fallen. Du siehst dein Leben nochmal in Zeitlupe rückwärts ablaufen und erkennst, welchen Illusionen du ewige lange Zeit hinterhergerannt bist. Du erkennst, wie du mit deinen Ängsten dein Wachstum blockiert hast. Im selben Moment lösen sich diese Ängste und du erkennst, was für eine mächtige Freiheit dahinter steckt. Du wirst wieder eins mit dem Leben, eins mit Gott, eins mit dem Ganzen. Der Vorhang der Trennung löst sich komplett auf und du verbindest dich wieder mit allem. Gleichzeitig integrierst du deine Erfahrungen und bereitest dich vor auf das nächste Level, das jetzt vor dir steht. Die Zirbeldrüse zu entgiften und zu aktivieren, ist ein dienlicher und unterstützender Prozess im Training des Sterbens. Wenn du wissen willst, wie man seine Zirbeldrüse entgiftet und aktiviert, dann schau dir mein letztes Video an. Damit bist du optimal vorbereitet auf das, was in der Zukunft kommt und du kannst alle Ängste fallen lassen. Das hilft dir auch jetzt schon, ein friedliches, freies und glückliches Leben zu führen, bis zu dem Tag, an dem das physische Ableben eintritt. Zum Schluss noch ein Gewinnspiel für alle meine Follower, Fans und Abonnenten, die mich so lang unterstützen und begleiten. Um dabei zu sein, kommentiere dieses Video und teile es mit deinen Freunden. Im nächsten Video wird dann unter allen Kommentaren der Gewinner bekannt gegeben. Gewinnen kannst du einen exklusiven und lebenslangen Zugang zu meiner Akademie der Geistheilung. Dort findest du Tipps, Tricks, Techniken und Methoden, wie du Achtsamkeit, Meditation und Selbstbewusstsein in dein Leben integrierst, wie du mit Ängsten und Depressionen umgehen kannst und wie du dich selbst erkennst und endlich ein freies, glückliches Leben führst. Mehrere Live-Coachings und Q&As dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Deswegen mach jetzt mit und sei dabei. Like dieses Video und abonniere diesen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns im nächsten Video.